Das Erste, was Sie für die Arbeit mit Split machen müssen, ist sicherzustellen, dass Sie über die aktuellste Version der Smart Wallet-Anwendung verfügen. Wenn nicht, aktualisieren Sie die Anwendung. Gehen Sie dazu in den App Store, geben Sie Smart Wallet in die Suchleiste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Update. Beachten Sie außerdem, dass Ihre Wallet aktiviert sein muss, um Belohnungen zu erhalten. Zur Aktivierung muss Ihr Guthaben Smart Coins aufweisen. Für die Aktivierung reicht ein Coin aus. Für ein erfolgreiches Splitting empfehlen wir jedoch einen ausreichenden Vorrat an Smart Coins, weil diese für die Durchführung eines Split-Vertrags notwendig sind. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Anwendung aktualisiert ist, dass Sie Smart Coins auf Ihrem Guthaben haben und öffnen Sie Ihre Wallet. Klicken Sie auf Split. Es öffnet sich ein Bildschirm mit detaillierten Informationen zu Ihrem Guthaben und mit Ihrer Transaktionshistorie. Um am Splitting zu partizipieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Splitting. Sie befindet sich direkt unter Ihrem Guthaben. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie für das Splitting Smart Coins auf Ihrem Guthaben brauchen. Diese sind notwendig, um die Ausführung eines Split-Vertrags zu bezahlen. Wenn Sie keinen erforderlichen Betrag an Smart Coins haben, werden Sie aufgefordert, Ihr Guthaben aufzuladen. Sind genügend Coins auf dem Guthaben vorhanden, öffnet sich ein Fenster mit Informationen zum aktuellen Splitting-Status. Auf dem sich öffnenden Bildschirm werden die folgenden Informationen angezeigt. My Splits Die Anzahl der Split-Tokens auf Ihrem Guthaben Total Supply Splits Die Gesamtzahl der Split-Tokens in der Blockchain Daily Reward Die tägliche Anzahl an Ultima-Tokens, die unter Split-Inhabern verteilt werden Current Zeigt den aktuellen Block in der Blockchain Final Zeigt den letzten Block für die aktuelle Halving-Periode My Estimated Reward Der ungefähre Wert der Prämie für alle Splits, die am Splitting teilnehmen können Bitte beachten Sie, dass Sie keine Prämie beanspruchen können, wenn Sie die Tokens vor weniger als 24 Stunden an Ihre Adresse bekommen haben. Um zu erfahren, welche Tokens zum Splitting bereit sind, gehen Sie zum Abschnitt Split Details, indem Sie auf My Splits klicken. Sie werden sehen, für welche Tokens Sie Belohnungen erhalten können und für welche noch nicht. Natürlich ist es Ihr Recht, eine Prämie anzufordern. Diese wird jedoch nur den Splits angerechnet, die älter als 24 Stunden sind. Dabei wird das Alter aller Split-Tokens nach dem Prämienantrag auf 0 zurückgesetzt. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Tokens bereit sind, kehren Sie zum Abschnitt Splitting zurück, indem Sie auf den Pfeil im oberen linken Teil des Bildschirms klicken, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Claim Reward, um eine Prämie bei der Blockchain anzufordern. Es öffnet sich ein Bestätigungsbildschirm. Bitte beachten Sie die Warnmeldung über die Provision in Smart. Diese kann 100 Smarts erreichen. Wenn Sie weniger Smarts auf Ihrem Guthaben haben, kann es sein, dass Ihre Anforderung der Prämie aufgrund des für den Vertrag benötigten Energiemangels von der Blockchain nicht erfüllt wird. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Smart-Guthaben ausreichend aufzufüllen. Stellen Sie also sicher, dass Sie genügend Smart-Coins in Ihrer Wallet haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie den Nutzungsbedingungen des Produkts zustimmen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Confirm. Fertig. Sie haben Ihre Prämie erfolgreich eingefordert. Jetzt brauchen Sie nur auf die Schaltfläche OK zu klicken, und der Ultima-Token-Bildschirm wird geöffnet. Dort können Sie Ihre Prämie einsehen. Am Ende unserer Anleitung machen wir Sie auf die Regeln aufmerksam, die Sie beim Umgang mit dem Produkt kennen sollten. Jede ausgehende Transaktion mit Split-Tokens, selbst wenn es eine von 1000 ist, setzt das Alter aller Tokens auf 0 zurück. Wenn Sie Split-Tokens in Ihrer Wallet haben, die zu unterschiedlichen Zeiten eingegangen sind, werden diese auch zu unterschiedlichen Zeiten für die Belohnung bereit sein. Das Mindestalter eines Split-Tokens beträgt 24 Stunden. Wenn Sie also eine Prämie anfordern und über die Tokens verfügen, die dafür nicht bereit sind, – Sie sind weniger als 24 Stunden alt – werden diese zusammen mit den für die Belohnung berechtigten Tokens wieder auf 0 zurückgesetzt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter.